Ich komme dann später noch mal vorbei. Aber Sie müssen wirklich vernünftig sein, sonst muss ich jemanden schicken. Ich bin ja vernünftig, Herr Doktor. Ist ja schon alles gut. Die Spritze wirkt offenbar erstaunlich schnell bei Ihnen. Also dann, auf später. Von mir aus, wenn Sie wollen. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen, Herr Gilder. Sternenfäufi. Jetzt finde ich von dieser Spritze tatsächlich schon müde. Pumuckl. Pumuckl. Oh, da sitzt er auf dem Boden. Käsebleich. Die Geschichte wäre ja so lustig. So lustig, wenn es mir nicht so schlecht wäre. Und ich würde dich ja so verhauen. So tätschge tätig dir, weil ich nicht so müde wäre. Mein Herz klopft ganz, ganz, ganz schnell. Oh, 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 oh. Und mich ist ganz langsam. Ich würde ja schon wieder in mein Bett gehen. Gerne sogar. Aber ich komme nicht mehr aufs Nachtischliue zu meinem Bett. Ich bin so schwach. Und mir ist es so schlecht. Willst du wirklich brav ins Bett? Ja, wenn du mir hilfst. Ich will alles machen. Alles zusammen. Tabletten essen und den Wodenwickel und ins Bett gehen. Wenn es mir nur wieder besser wird. Siehst du jetzt, das kommt davon. Aber warte, das feuchte Nasenlümpchen habe ich noch hier und die Tabletten auch. Komm. Oh, oh, oh. Mir ist es auch mies. Ganz schwindlig wird es mir. Aber das bringen wir schon noch hin. Da. Schluck Tabletten. Aber mit. Du musst halt Wasser trinken drüber. So. Und jetzt wickel. Oh, gräselig kalt. Und nass. Ganz nass. Ja, aber es hilft, wie du siehst. Und jetzt fest zu decken. So. Ich stehe nie, nie mehr in so einem Regengutten drin. Dann ist ja alles gut. Und jetzt schlafen wir. Alle Beine. Alle Beine schlafen wir jetzt. Am anderen Tag sind Albet noch ein bisschen gewackelig auf den Beinen gestanden. Der meiste Räder von der Beruhigungsspritze und sein Pumuckl vom Fieber. Aber das Schlimmste ist vorbei gewesen. Der Pumuckl hat zwar noch ziemlich lange an seinem Pfnüssel herumkuriert. Seines Nässchen ist vor lauter Nüssen und Putzen so feuerzündrot worden, dass es beim Haar sogar noch geleuchtet hätte, wenn er unsichtbar gewesen ist. Aber sie ist fest angewachsen geblieben. Und das hat uns ein wenig Kobold natürlich gefreut. Wo der Herr Dr. Bachhoffner am nächsten Tag vorbeikommen ist, war er sehr zufrieden mit dem Erfolg seiner Behandlung. Er hat sich gehütet, nach einem kleinen Babybettchen zu fragen. Das war sehr zart gefühlend. Und der Meister Räder hat sich natürlich genauso gehütet, ein Wort über das Thema zu verlieren. So ist schliesslich alles gut geworden. Nur, wenn es noch mit einem Wasserlachen oder einem Regenkunden auf der Strasse hat, dann sieht man den Meister Räder jetzt immer einen grossen Bogen drum machen. Es kann sein, dass er dabei heimlich von sich hinlächelt. Es kann aber auch sein, dass da jemand ganz leise giggelt. Jemand, den man zwar nicht sehen kann, den aber noch viel einen grösseren Bogen um den Wassergunden herum macht. Schalmengen